Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video, etwas kurz, ja ich weiß, wird einfach so ein Zwischending-Video sein, was ich einfach so moin, was ich einfach mal so raushaue. Das ist mir gerade so spontan noch eingefallen, das wollte ich schon immer mal machen, ich habe es noch nie gemacht. Die Rede ist von, ihr seht es wahrscheinlich im Titel, 0 auf 100 mit meiner Maschine auf 48 PS. Ich habe es schon immer vorgehabt, irgendwie mal zu machen oder so, bin aber irgendwie wirklich nie so wirklich dazu gekommen. Mein Tacho ist ein bisschen abgeklebt, aber man sieht die Zahlen trotzdem, wenn nicht, für die, die es nicht sehen können, ich sage es dann nochmal laut, wenn ich 100 erreicht habe. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht und wie gut nicht. Ich fahre gleich mal hier auf dem Standstreifen rechts ran, wenn ich an den Rennradfahrer ein bisschen Abstand aufgebaut habe. Oh, ein paar Biker, moin. Und dann mache ich gleich mal einen 0 auf 100. Keine Ahnung, es haben mich schon ein paar Leute gefragt, was schafft deine Maschine eigentlich 0 auf 100? Und ich dann so, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Habe ich wirklich noch nie ausprobiert. So, ich fahre jetzt hier mal rechts ran. So, zum Stillstand. Man dachte ja irgendwie, dass es, wenn man so ein bisschen Gas gibt, so. Los! 100! Keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Werde ich wahrscheinlich einblenden. Ich weiß auch gar nicht, wie gut der Start jetzt war. Ich glaube aber, der Start war für meine Verhältnisse ganz vernünftig. Soll ich noch ein zweites 0 auf 100 hinterher ballern? Ja, komm, ich mache noch ein zweites 0 auf 100. Ein zweites. Kommt da ein Auto oder nicht? Ohne dieses Gas geben zwischendrin da. Eins, zwei, drei. 100. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zeit jetzt da ungefähr so ist. Bin ich selbst mal gespannter, wenn ich das sehe. Was würde euch noch interessieren? Was könnte ich hier noch reinpacken in das Video? Das wird so ein schnelles, so ein Video, was ich jetzt gerade mal gleich fertig schneide und einfach raushauen. Können wir ja sagen, wie ihr sowas jetzt zum Beispiel das Video mal findet. Vielleicht eine ganz gute Abwechslung mal. Keine Ahnung. Zu den ganzen Random Vlogs. So, jetzt mache ich noch, jetzt mache ich noch, warte mal, das wollte ich auch machen. 30 auf 80. Warte, ich muss auch jetzt mal auf 30 runter. 30 und go! 80. Keine Ahnung, wie lange ich dafür jetzt brauche. Ich glaube, 30, 80 ist so das, was am besten geht mit meiner Maschine auf 48 PS. Ich war jetzt im ersten Gang. Ja. Also Leute, das war auch schon das Video. Bisschen kurz, ich weiß. Ein bisschen, äh, keine Ahnung, mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn das der Fall ist, Daumen nach oben. Würde ich mich wie immer freuen. Und dann abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, ne? Ist klar. Nein, Spaß. Macht, was ihr immer wollt, Leute. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Haut rein, Leute. Tschüssi. Musik. Musik – Musik – Untertitelung des ZDF, 2020